So, herzlich willkommen zu einer neuen Raft-Runde, äh Folge. Hallihallo, es war mein Pass. Hallihallo auch meinerseits bei meinen Zuschauern auf meinem Kanal und natürlich auf dem Kanal von Skull. So. Oh Mann, ja. Zack. Oh, drei Fässer, nice. So, jetzt habe ich relativ, warte, den ganzen Fisch nochmal drauf. Genau, jetzt habe ich ja Platz hier für meinen Forschungstisch, der ist hier. Wo möchtest du den haben? Das ist irrelevant, aber man kann es immer wieder verschieben, also bau erst mal. Okay, passt. Das finde ich schön, es ist nicht wie bei Sephora, du kannst alles verschieben. Das ist schon mal gut, ja. Erforscht. Hä? Erforscht. Wir haben hier zwei, äh... Hä, da ist doch... Bin ich jetzt doof? Kann man das hier nicht irgendwie... Wie ihr seht, beim Forschungstisch kann man viel, viel... Alter, kann man richtig viel erforschen. Oh, man kann es ernten. Nice. Sehr gut. Empfänger, hier. Guck da. Empfänger. Hallo, wie erforscht man das denn? Und es bleibt entscheidend drin. Ich brauch's nur gießen. Geil. Kann in der Forschungstabelle erlernt werden. Ja, da drin haben wir zwei Anleitungen. Wir haben Rezept für ja, ich hab jetzt Bauplan und Rezept für Fische eintaucht. Jetzt hab ich hier den Empfänger gefunden. Was hat das jetzt aber zum Kommen? Muss man da jetzt noch Holz rein... Nö. Hä? Ach, Arsch. Ich check's grad nicht. Hä, das haben wir doch schon mal gemacht, oder? Ja. Also, ich hab das da jetzt reingelegt, aber erforschen tut ja nichts. Als müsstest du da keine Anzeige, oder sowas. Ja, weil du den Bauplan ja nicht hast. Ja, doch. Ich hab ihn doch doch reingelegt. Bauplan. Habe doch oben rein jetzt. Bauplan Antenne. Da haben wir die Antenne. Pfff. Ich check grad nicht so richtig, irgendwie. Nein. Oh, Entschuldigung. Ja. Ähm, Lola. Öffnen. Ach so, und jetzt zum Erforschen brauchen wir noch die Materialien wahrscheinlich. Nee, aber die Materialien kann man irgendwie auch nicht reinschieben, oder sowas. Habe ich schon verprobiert. Hast du die Materialien drin gehabt, oder was? Man kann es nicht reinschieben. Ja, in deinen normalen Inventar, oder wie? Ja. Hast du Schroren? Hast du Bolzen und eine Leiterplatte? Ah ne, das sind nicht. Aber ich hab ja was anderes erforscht, den Empfänger... An der Antenne hast du erforscht, oder? Nee, die hab ich einfach nur was reingetan, damit ich es Lust auf was erlitten hab. Keine Ahnung. Ich weiß es gerade auch nicht. Nein! Nein! Angriff! Oh, mein Speer ist kaputt. Brauch noch einen Speer. Kannst du mal einen neuen Fisch drauflegen? Jo. Kann ich. Achso, Gewässert hast du schon? Gewässert habe ich schon, ja. Sehr schön, dann fülle ich das mal noch mit... Wasere? So, jetzt schauen wir mal. Was kann man von diesen Grundlagen noch bauen? Bett, was braucht man? Lässt dich die Nacht durchschlafen und kann verwendet... Ähm... Wäre vielleicht gar nicht mehr so schlecht, wenn das Bett in der Nacht ist. Ah! Lässt dich die Nacht durchschlafen und kann verwendet werden, um bewegungsunfähige Freunde wiederzubeleben. Achso, man braucht das Bett, um wiederzubeleben. Boah, krass. Wieso habe ich so wenig Planken? Habe ich die ganzen Planken nur für dieses... Ach nee, für eine Forschungsfisch? Nee, für was habe ich die ganzen Planken. Warte, ich nehme mal dieses Faszien, ja. Boah, da für dieses ganze Essenszeug braucht man so viel Holz eigentlich. Ja, da brauchst du allgemein sehr viel. Warte, ich drehe nochmal kurz. Nimm mal auf, äh... Ey, der Fisch ist fertig, nimmst du mal kurz. Ja, ich mag den nächsten Fisch. Kannst du doch noch haben. Nein, nein, ich wollte ihn noch nicht essen. Ach, fuck. Ach, gib her. Gib, gib mir den Fisch. Jetzt, komm, jetzt. Ey, nein, du scheiß... Was? War das gerade ne Möwe? Ja, und die wollte uns unser Essen wegnehmen. Ich denk mir, hä, das... Ich hab mir da... Ich hab irgendwas gehört und dachte mir, hä, war das jetzt ne Möwe oder was? Oder was war das? Holy shit. Und plötzlich... Ey, das gibt's doch nicht. Wie dreist? Okay, das hätte ich jetzt... Das hab ich jetzt nicht, aber das so Vögel gibt, die das... Ey, du... Du scheiß Ding! Haust du ab? Ey, ich bin noch so scheiße. Irgendwie weg... Vielleicht... Vielleicht gibt's so ne Vogelscheuche oder sowas. Äh... Gibt's sowas? Weiß nicht. Also, man muss in der Nähe von diesem Beet bleiben, weil sonst... Das sind so zwei Möwen jetzt, die werden dreist. Ich bleib hier mal ein bisschen stehen, bis das fertig ist. Ja, mach. So, was kann man denn noch bauen jetzt? Ähm... Haiköder. Beschäftigt den Hai. Naja, gut. Brauchen wir sie erstmal nicht. Seil. Nagel. Nasser Ziegel. Segel. Wir könnten mal ein Segel... Kann dich in die richtige Richtung treiben. Hm. Gut, von diesen Grundlagen-Dingern kann man es gar nicht mal so viel nützliches, glaube ich. Braucht man es ja so viel irgendwie. Oh, ich tue mal sicher, das habe ich schon mal meinen Plastikhaken erneuern. Nein! Dass ich da jedes Mal runterfallen muss. Hä, da kennt mir grad gar nichts. Was denn das für ne Kacke? Ich nehme mal den Fisch hier. Na, 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 na. Und trink mal was. Na, 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 na. So, ich glaube, die Vögel sind weg. Oh, davon ist noch mal Linsen. Und da noch eine Heihe. Ui, aber ich glaube, ich würde die Linke nehmen. Also die, wo wir direkt drauf zuschauen. Ja. Dann glaube ich klüger. Scheiße, die andere ist kaputt. Bitte kann ich eine neue Bahn. Oh, leck. Was brauchst du? Oh, ne. Oh, ne. Planken. Oh, was Planken. Da kommt eine, da kommt eine. Ja! Oh, ne, ne. Lass mich doch hu, lass mich doch hu. Ähm, hm, 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 hm. Ach. 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 Ich brauche mir jetzt auch mal so'n, äh. Scheiße, ey. Brauchst richtig viel Holz. Holy Shit. Ich finde die Angel. Ne, allgemein. Ich wollte mir jetzt nur so'n scheiß Speer machen, aber du brauchst ja achtmal Holz, ey. Was war... Echt so viel? Krass. Wie groß, wie groß schnitzst du denn denn? Ah, ernten. Zack, zack, zack. Perfekt. Ich hole dann schon mal neues Wasser. Wollen wir jetzt eigentlich immer wieder ein bisschen anpflanzen, oder? Und dann... Pflanzen, pflanzen, pflanzen. Wässern? Was anpflanzen. Rode Rübe. Ja, die würde ja automatisch immer wieder, oder? Ne, 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 ne. Okay, man muss dann die fertig... Aber was klingt das eigentlich, wenn man... Man erntet drei und tut drei wieder rein und erntet dann wieder drei. Moment, das funktioniert logisch irgendwie nicht, oder? Bei mir waren es automatisch dann drin. Was ernsthaft? Ja. Aber ich hab's jetzt im Inventar gehabt und hieß, äh, nochmal anpflanzen. Also ich glaub nicht, dass die automatisch... Ja, bei mir, ich hab die nur vorhin geerntet und hieß es bewässern. Irgendwie waren dann noch... Ja, weil ich ja neue... Ne, ne. Ach, was vorhin? Ja, dann schauen wir nochmal. Dann ernten wir den dann nochmal und dann... Ach, ja. So, wir müssen hinten mal reparieren. Oh, wir müssen hinten mal reparieren. Na, wir müssen hinten mal reparieren. Ah, Kunststoff, Holz... Ich sag mir jetzt nicht, dass... ja so handel wir müssen wieder ach so lol da ist ja die 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 ja hier fand ich darauf zu genau das mal dabei weil der pallier mal mega schnell runter dabei unser unser fluss langsam ist ja das stimmt von der größe her jetzt habe ich aber kein an kann erwartet wenn du da vielleicht bis links noch nicht mach voll ich versuche nur richtung hier aber ich fahre schon gegen strom warte der gleiche wurs anker angebracht man steine ich habe nur zwei von vier ach so ich müsste ich kann ich kann eventuell gleich mit paddeln weil wir gerade gegen die strömung irgendwie paddeln ja ich weiß schon mein paddel ist gleich hier ein anker wir halt und ultra wichtig warte ich paddel hier müssen nach oben das wäre es natürlich ist cool wenn wir hängen bleiben paddel mal schon weiter ich schaue ich glaube ich mir ein angeboren kann mir fehlt eine blanke nein ich tue mir schnell was in die weg weg was hat dir gefehlt stein oder zwei steine ja ich tue mal stein in die ding und dann kannst du paddel ich weiter warte und dann kannst du mal schnell den stein rausholen und dann kannst du den anker bauen komm schon oder was vielleicht vielleicht wenn man dazu glaubst du mir bleibt akku hier brauchen kein anker ne doch stein 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 ich habe viermal stein rein gehauen so ist drin wir sind fest sicher zu den angeaktivierten oder paddel erst her ich habe reingeschmissen ach so ich habe platziert aber noch nicht aus wie komme ich da sind da ist der high direkt es geht schon vor dass das wieder viele bluten ich kann gar nichts aufnehmen wieder da sind eigentlich nur blumen roter samen ananas wassermelone geil wassermelone geil blaue blume nice ich glaube die blaue blume kann ich mir sparen weil irgendwie sind die blumen nur für farben und farben brauchen wir doch noch nicht jetzt aber jetzt bin ich am verdurscht oder was weiße blume ich weiß nicht die inseln hier diesen gelbe blumen so nützlich glaube ich halte sich wirklich in grenzen was ist das kann ich nicht aufheben hier ist ja nix großartig ja doch irgendwie irgendwie bringt das hier gerade gar nichts schade eigentlich jetzt haben wir da so viel aufwand reingesteckt eigentlich dieses scheiß anker das war jetzt auch wenn ich ja das stimmt na na gut ich unter wasser vielleicht noch ohne das irgendwie schrott oder sowas naja aber das ist extrem dunkel und einfach mal drehst du dich umfass kommt ein halb auf dem maul entgegen tja aber ich muss jetzt wieder hinter und dann ah 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 scheiße also während ich eingesprungen habe ich ihn gesehen äh haa komm her du sack komm ich künder dich komm 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 Jaja ah wie das ausschaut ist jetzt so weit wir kommen ja ja komm her ich kann da ist eine flüssigkeit drin flüssigkeit trinken aber was ist es für wasser ich muss aber langsam rüber weil ich was trinken muss und essen hat mich zwar ein bisschen erwischt so etwas haben die uns echt was geklaut aber du hast recht ich kann nichts mehr reintun ich tue mal die rote rübe ach du scheiße ich kann die ganze wassenmelone essen ist stehe ich mir gerade so bildlich für sieben haben es ist durch riesen backen was das jetzt ja ich kann mich aufnehmen ich nehme ich gern und borsche die bringt mehr trinken als wir essen die wassermelone ich habe einen alten schuh gefunden da kann ich irgendwas trend pflanzen glaube ich ja hey guck ich habe hier eine schule jetzt kann man was reintun so cool gut so eine gegarte rote rübe bringt irgendwie nicht so viel wollen wir den anker wieder lichten ach du erntest immer sechs rote rüben und dann brauchst du aber drei neue rote rüben um ach so man macht trotzdem plus drei dann glaub schon aber ich habe jetzt leider wirklich ich tue gerade rote samen ich weiß nicht ob du was das bringt in den schuh habe ich mal eine rote rübe trinken süßwasser kann ich das ok ne ich muss hier pflanzen bewässern die sind immer wichtiger wie du so na ok verstehe ich so hat sich bei diesem forschungstisch irgendwas getan äh gar nichts ich verstehe das auch nicht so ganz aber das ist eine antenne soll man eigentlich mal weiter soll ich den anker lösen ja genau habe ja von gefragter und weg ist er wiii warte ich muss hier mal bissl gucken was kann ich denn hier alles rüben bleib weg da kann man echt nicht es gibt ja nicht dass man da du sag mal wie du so gierig du dir ein pflanzen an pflanzen lässt sich da durchfüttern hier ist ja gar nichts gerade ich nix zum angeln nichts was haben wir denn da kann für farbe verwendet werden 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 ja genau das habe ich mal auch gedacht so viel Wasser um so meine Brüse oh nein jetzt habe ich salzwasser getrunken ach geil was bringt das eigentlich mal was passiert da wenn man salzwasser trinkt äh der dusch geht noch weiter um oh ok ah langsam kommen die Sachen wieder dann stack ich den Kars dann stack ich den Kars mal das kann ich nicht stacken das kann ich darüber stacken so klaas wir brauchen vielleicht noch mal eine truhe warum noch nicht drüber wenn du kannst ja weil irgendwie ist ein erstes bisschen kleines lager seil also große lager haben wir noch nicht oder ne leider nicht baue ich einfach äh wo baue ich das schon hin baue ich das dann können wir ja warte da tue ich mal so seltene Sachen rein wie äh bauplan aber man kann Sachen unendlich stacken oder wie wie 20 ist das höchste ehrlich 20 20 ist ja nichts man kann aber noch ein rucksack sowas irgendwie erforschen habe ich weiß hey du Er ist geklaut? Nee. Nee, ich glaub nicht. Kommst du hin? Fuck. Sehr gut. Ey, du scheiß Möwe erlässt. Ich möchte es gern abbrechen. Na ja, gut dann. So, dann. Wir müssen hier aber ein bisschen erweitern. Obwohl, ne, ich hab ein... Ich bin ja eh die ganze Zeit schon am erweitern vom Boot. Vom Floß. Erstmal trinken wieder. Das ist nicht so leicht, weil mir jedes Mal Kunststoff ausgeht. Habe ich schon wieder gekannt. Ah, da. Der Welz. Passt hier nicht hin. Ach, na gut dann. Ah, da kommt der Hall. Ja, der müsste ja gleich tot sein. Schau mal den ganzen Namen von dem schon. Ja, ich hoff's doch. Also noch paar Stichelein und dann ist er hoffentlich tot. Äh, hast du da die Blume angebaut, du das? Ich glaub schon, das hab ich... wusste ich vorher nicht. Da stand einfach nur rote Samen. Ich dachte, roter Samen sind... D, 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 Rot, äh, Dinger da. Das war ein Fail von mir. Gut, ich hab da noch Wassermelonen, Samen... Wassermelonen ist saugut, weil da kannst du das richtig gutes Trinken stellen. Äh, pro... Ja gut, ich hab jetzt Wassermelonen und Ananas Samen, da kann man schon was anfangen. Ich hab Kartoffeln... Kartoffelvie? Kartoffelvie? Du hast Toffefie zum Anbar. Kartoffeln... Kartoffeln... Kartoffeln ist auch... die bringen mich ziemlich gut. Blanke ausnehmen... Hast du die rohe Kartoffeln gegessen? Ich hab immer die Kartoffeln roh gegessen, ja? Ja, ich muss... Wieso, die waren ja nicht... Also... Ja ne Kartoffel, keine Ahnung. Ja, hallo, rohe Kartoffeln kam nicht zu essen. Ich hab die immer gegessen und hab gut leben, äh... Essen dazu bekommen. Okay, das wundert mich jetzt. Ich weiß nicht, ob die rohe war. Die hatte ich einmal mit dem Metall und hab mit ne Kartoffeln gegessen. Wär ja komisch, wenn ich so ne gekochte Kartoffeln einfach rumsch... Na ja, vielleicht im Kreuzfahrt so... Schmeckt scheiße. Man weiß ja nie, ne? Hä, ich hab so wenig Holz? Verflixt um zu, ne? Komm her. Ja. Ich nehme... Ja, meine Güte. Alter, der Spawn doch immer direkt vor mir, der Scheiß halt. Ja, ich hab auch nicht, dass du immer das Gefühl... Immer wenn ich ins Wasser gehe, wenn wir so direkt vor dir nehmen. Sag. Ah, hallo. Bisschen wellig. Ja. Nein? Hast du jetzt eigentlich noch ne äh... Kiste gebaut? Ja. Da ist doch... Ne, mein Forschungstisch. Ah, ja. Ah, ernten. 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 Was hast du da alles reingehauen? Ah, stimmt. Man kriegt dann... Ah, natürlich hier mal... Kann ich das jetzt nicht ernten? Äh... Pflanzen. Ich habe Hunger, 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 Hunger. Ach, schrecklich kann der Ananas den Wassermelonen nicht anbauen. Was ist denn das für ein Dreck? Achso, füge Wasser hinzu, um einen Ananas zu erhalten. Passt auf eine mittelgroße Anbaufläche. Achso, mittelgroße Anbaufläche. Oh. Okay, was dann? Oh Mann. Wobei. Ich kann auch ihm ne Wassermelone essen. Alter, komm rote Samen brauchen ja irgendwo. Zack. Was? Ne. Passt schon. Ach scheiße, ich muss ja den Schuh wässern. Bist ein ganz schöner Arsch, ich habe mir das Rinken gerade gemacht, damit ich was zu rinken kann. Du bist mir scheißegal, ey. Ah, geil. Na, was ist denn jetzt? Fisch wird fertig. Oh, du hast ja richtig viele Palmenblätter. Naja, ne, warte, die rote Blume war ja nicht hier, so. So, ich will nur wieder ein bisschen angeln. Ja, bitte. Danke. Oh, da kommen ein paar fest auf uns zu. So, aber irgendwie müssen wir jetzt verstehen, wie das mit diesem Forschungstisch funktioniert, weil sonst kommen wir wahrscheinlich nicht voran irgendwie. Ich verstehe das aber nicht. Kann in der... Ja, wir brauchen wahrscheinlich die Materialien. Was hast du denn? Empfänger oder was? Du brauchst du Hol... Also diese Leiterplantine. Die haben wir einfach nicht. Äh, der Empfänger schon mal nicht, aber bei dem anderen Bauplan, was ich hatte. Ja, bei... 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 Bei beiden brauchst du eine Leiterplatine. Habe ich gerade geguckt. Bei Antenne und Empfänger. Oh, da kommen fast. Das will ich nicht liegen lassen. Nee. Ah, toll. Weißt du? Klar. Einmal im Wasser und dann... Fast nicht? Zack. Zack. Brauchst du frisches Wasser. Brauchst du frisches Wasser. Brauchst du frisches Wasser. Die Blüten. Die auch noch. Ja, was. Vielleicht kümmere mich da drum. Zack. Mal einen Fisch drauf. Den Armut du erstmal essen. Ach ja. Oh, ist der kleine Fisch. War so ein Ingrößerung? Hi. Hau ab. Nein, okay. Er hat mich ab. Komm schon. Na ja, aber der ist tot. Nice. Kannst du den... Kannst du das Zeug holen? Der bringt doch richtig Futter, oder? Ja. Ich bin gerade dabei. Zack. Loll, ist es weg. Ah! Nimm alles mit, was du haben kannst. Ja, jetzt kann man hier eigentlich schön ins Wasser gehen. Bis der nächste Heil kommt der. Bleib weg! Okay, wir brauchen irgendwie so ein Haus oder sowas. Stellung. Ich im Blick gerade nicht, ob ich das... Ich weiß nicht, ob das was bringt, wenn wir es nur bedachen. Das weiß ich nicht. Glaubst du, das bringt was? Ja, oder? Dann könnten wir nicht... Also die Bachen fliegt da irgendwie durch. Die brauchen immer noch Wasser, oder? Hast du schon gegossen gerade? Ich bräuchte... Ne, ich habe schon gegossen. Theoretisch... Wie viel Hunger hast du denn? Da wäre ein Fisch fertig. Na ja. Genau. Fühl mich gerne. Äh... Nägel? Hast du Nägel? Warte, die kann man... Man kann ja auch herstellen. Die kann man... Kann man herstellen, ja. Ähm... Ach, Schrott. Ja, passt. Das... Das... Äh... Heißt... Was brauche ich denn noch? Warte kurz... Toll, was mache ich jetzt mit dem Kopf? Und Holz. Gott. Nein, das ist ein Fass, was uns ent... Entrennt... Ne... Äh... So, jetzt ist das hier... Oh, das ist noch mal fast. Das wäre mal richtig mutig. Boah, hier kann man ja richtig was... Was glaubst du, ich glaube, zum Segel wäre vielleicht eigentlich mal schlecht. Bin ich weit weg von dir? Ah, nö, gar nicht. Das ist gut, ne. Boah, ist das geil, hier kann man ja richtig... Boah, ist das geil, hier kann man ja richtig... Soll ich mal ein Segel machen? Brauch man ein Segel jetzt schon? Kann dich in die richtige... Weil dann braucht man diesen Paddeln nicht mehr. Ja, ja, doch, weil vielleicht gar nicht mehr so schlecht. Zack. Ey, du... Ja, stopp. Yay. Öffnen. Nein. Erst auf. Yay, 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 yay. Halten, viel sanftes Tränen. Boah, das sieht schön aus. Achso. Ey, ich glaube, ich treib... Ist grad von dir weg, warte. Ja, ja, nee, was schon alles gut, ich bin zurückgeschwommen. Halten. Achso, lol. Ach, jetzt versteckt es. Aber das ist eine Insel, da kannst du... Nummer 2. Da direkt auf... äh, 12 Uhr von mir. Ja. Da könnten wir mal hin. Zack. So, jetzt könnte ich... Ich gucke jetzt, gehen wir automatisch starten. Das ist cool, das ist sehr cool, ja. Jetzt hast du natürlich ein was verkackt, weil hier wollte ich eigentlich gerade ein Dach bauen. Und dann müssen wir das Segel drüben. Ja. Da... wollte ich ein Dach... Da... Da... Ja, dann... Ja, dann... Ja, dann... Wenn ich dran denke, würde ich als nächstes mal die Kartoffeln anbauen. Aber das ist heiß, Dig, das braucht Ewigkeiten bis es fertig ist und hat irgendwie nichts gebracht. Das haben wir, glaube ich, letztes Mal schon festgestellt, ne? Das ist kein Scheiß oder eigentlich. Braucht frisches Wasser irgendwie. Das im Schuh braucht immer noch frisches Wasser, ey. Ne, ich habe gerade was Neues rein. Achso. Moment mal. Ich muss mir hier ein bisschen abdrehen. Was? Oh, ich... Ich finde das so kack, ey. Wenn ich... Wenn ich Salzwasser drin habe im Becher und dann stehe... Gehe ich da rüber und will... Bleib weg! Will das da einfüllen, ne? Aber da ist noch Süßwasser drin. Dann trinkt er den scheiß Salzwasser. Das nervt mich. Ich habe das so oft was getrunken aus Versehen. Ja, gut, auch das Heiding bräumt schon ein bisschen... Ah, da ist der neue Hei. Ja. Also der neue Hei ist da. Scheiße. Nee, echt gut. Oh, ich fall gleich runter. Also, ich brauche jetzt ganz viel Holz. Ich habe nicht mehr so viel... Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe... Ich zerbe nicht Holzgras. Segel... Na ja, Gott. Irgendwie so richtig näher kommen wir nicht, ne? Habe ich das Gefühl. Ja, weil ich glaube, das Segel bringt... Ist nicht so richtig gegen die Strömung. Aber es war ja generell sehr schwierig irgendwie. Auch mit einem Pod. Ach Gott. Ich habe auch kein Paddel mehr. Ja. Ich habe noch ein bisschen was, aber... Ich habe noch ein bisschen was, aber... Ah, komm! Ah, ah, ah! Ah, zum Arschlecken komme ich nicht hin. Ich habe noch einen Schraub. Na, wohl ist, glaube ich, ein bisschen näher. Schauen wir mal. Oh, nein. Er war recht nicht näher. Der Paddel doch nur 2-3 mal hin. Ja. Kann ich machen. Nein! Das kann man auch so auf dem Blöcke, ne? Ja, gut. Aber jetzt haben wir eigentlich auch keinen... Kein Anker, ne? Ja, das ist blöd. Ich glaube, die Insel kann man vergessen, ne? Ja, wenn ich mir die so anschaue... Ja, du hast recht. Ja, jetzt ging es nur ums Fassel. War nicht schlecht. Ja. Wo ist ein... Öffnen? Kartoffeln. Kann ich stacken? Wir müssen das mal ein bisschen beobachten, nicht, dass wir irgendwas in einer Ankerse haben, was wir eigentlich stacken könnten. Ja. Das müssen wir ein bisschen im Auge behalten. Hast du Hunger oder sowas? Ja, so langsam, ja. Dann nehmen wir kurz einen kleinen Fisch, dann habe ich noch mal einen... High-Stick drauf. Wie viel... Oh, drei Blanken haben wir noch. Oh, oh. So. Warte, ich tue mal schnell das Segel wieder... Drehen. Kann man das eigentlich... Kann man noch eine weiße Brume? Ja, haben wir auch. Dann können wir den Scheiß hier nehmen. Achso, das habe ich ja im Inventar. Lol. Schamil. Schamil. Treiben wir gerade irgendwo überhaupt hin? Irgendwie... Mal, okay. Vielleicht ist ja auch gerade relativ ruhig. Vielleicht gibt es ja sowas auch. Ich weiß es ja nicht. Kann auch so eine... Ähm... Die haben wir leider nicht. Ach, ich brauche Holz. Brauche Holz. Irgendwie ist ja auch gerade Tode Hose. Irgendwie kommen wir gerade gar nicht. Nee, gar nicht. Das ist echt blöd. Ja, vielleicht doch mal wieder aufmachen. Achso. Ich glaube... Ich... Ich glaube, ich verstehe das langsam. Es gibt, glaube ich, so eine Hauptstraße, Blöckgesagt, wo es die ganzen Ressourcen gibt. Manche Inseln sind links und rechts daneben. Und wenn man auch wieder von der Insel weggeht, schwimmt mein Blöck wie in die Mitte rein eigentlich, zurück, oder? Gefühlt. Und dann kommen auch wieder die ganzen Sachen zurück. Klar, da hinten fließt da so ein blödes Ding. Da könnte man mal versuchen hin zu schreiben. Ja. R... Oder in die Richtung? Ja, sieht gut aus. So. Genau. Ja gut, jetzt habe ich schon relativ viele rote Rüben. Und so sieht der nicht ganz gut aus. Ach ja, ich brauche mehr Holz. Oh, Alter. Ja, ich habe nur noch eine Planke. Das ist furchtisch. Das ist furchtisch. Zack. Da ist ein Fass. Komm her. Gut, da war... Es war ein Holzfass und ich habe kein Holz bekommen. Alles klar. Dankeschön. Vielen Dankz. Stimmt eigentlich. Müssen wir ja aus dem Fass selber auch nochmal Holz kriegen, ne? Moment, da wie... Ne, was... Wie wir... Haben wir das eigentlich vorhin geschafft? Freigeschaltete Empfänger und... Uah. Es war einfach so, oder? Oder haben wir irgendwas... Besonderes gemacht? Ich glaube, wir hatten das Zeug alles bloß, oder? Ja. Hier wäre ein gegarter Hai, möchtest du? Oder ich habe auch immer... Ja, ich habe eigentlich schon... Ja, ich bin... 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 Ach, leck mich du... Frack, alter. Ja, doch, der bringt schon gut. Doch, der bringt schon gut. Aber der Nächsten würde ich gerne nehmen. Ja, ist okay. Ich habe das trinken. Also, ich habe aktuell eigentlich gerade nur... Oh, geil. Oh, geil. Ähm. Ich hatte da wohl nicht so viel Glück gehabt wie wir. Äh, jetzt wird durche ich. Nein! Äh, was ist denn jetzt los? Äh, ich werde durcheuern. Ja, ist gleich fertig, hoffentlich. Aber gut, ich habe eine Wassermelone. Die fotte ich dir einfach schnell. Zack, fertig. Ich habe irgendwie... Wimpel. Nützlich muss ich wissen, welche Richtung vorwärts ist. Einfacher Fischtopf. Ähhhhhhh. Okay, diese Nerven... Oh nein, wieder 35 Minuten. Äh. Oh Gott, die Zeit ist ja wieder vorbei. Äh, ich glaube das Wasser könnte fertig sein. Doch, Wasser ist fertig. Dann trinke ich doch schnell. Ich werde das gleich wieder auffüllen. Geil. So. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge von Raft The First Chapter. Jo. Ciao Sehr gut